So, hallo und herzlich willkommen zur siebenten Folge und ja, ähm, ich muss den Ingame-Sound lauter drehen habe ich bemerkt im letzten Video so, wir stellen auf 80 das wird reichen, hoffentlich so, und ja, was ich sagen will na, alter, geht's? ich will sagen, dass, ähm, habe ich vergessen, nein, jetzt ein Freund hat gesagt, der die Videos guckt ich soll mal eine Folge nur mit Verfolgung machen ja, das suche ich, hinter mir ist schon die Polizei und wir machen jetzt eine lange Folge nur mit Verfolgung ja, ok hallo, wo ist die Polizei? komm alter, will man da nicht hinterherfahren? hallo, stellen auf die Nase äh, ups, wie sind wir jetzt hinterherfahren, yeah ja, und so ich mach das Ganze jetzt mal wirklich, so, äh, mein Mikro war unten, ich hoffe, das hat nicht gestört ganze Folge lang und wie viele sind hinter mir her? fuck, wie kann ich zurückschauen? hab keine Ahnung egal, hm, hier war mir grad das so, wir springen da mal gleich vollgas durch voll so Gangster ja, ja ja, und nur 80er, so, wenn fahren wir rein na, scheiße springen wir auch und von dieser Richtung die Vollständigkeit halber, ups, das ist sich nicht ausgegangen so, ich verarschte hier mal ein bisschen na, scheiße, hat mir sie nicht ausgegangen, ich wollte ihn crashen egal, ich fahr mal weiter davon nee, ich muss mir Zeit lassen, weil sonst bin ich mit dem Flucht und sonst na, ich will doch, ich will doch durch dieses Schild doch durchsprengen ich will das noch schaffen alter, was steht da oben? das gefällt mir, was da oben steht bremsen! scheiße, alter, das geht sich nicht aus ich will da rauf und dann das Ding bekommen, das da oben ist alter, ihr könnt mich hier nicht verlieren so dumm, so dumm könnt nicht mal ihr sein ja, fand ich so vergestiegen will nur wissen, was da oben für ein Wagen steht so, scheiße, nein, ich trau mich nicht, vollgas egal, erforschen wir nachher Straßensperre bam, plus 250 Speedpoints so kann man auch das Speedpoint aufhört, so, dann crashen wir hier mal komm, Alter in ja, face, oder in my face, besser gesagt so dann geht es um die Kurve, haha ja, der ist very silly und, nein, 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 ja, Glück gehabt na, da kommt schon eine Straßensperre die crashen wir mal hier zeitlich, geiles Land, take down plus 450 Speedpoints, whoo so, jetzt geht es auf den Highway, da wird es ist geil jetzt kommt mal ein bisschen Speed in die Sache rein na, okay, das ist an Highway mit viel Gelände, scheiße na, es kommt mal wirklich Speed in die Sache rein ja, gut, 200 scheiße, Gelände ne, ich brauche einen anderen Highway, der Highway, nein na, sicher nicht, Fluchtphase bin ich nicht für Fluchtphase mag ich nicht frontal crash, bam frontal take down und gleich der nächste take down nein, scheiße ja, ich habe mich etwas schon, habe mir jetzt schon angewohnt, dass ich ihn ausweiche so, und der nächste Frontal take down so, wir sind schon auf Handelsstufe 3, das ist relativ schnell gegangen jetzt machen wir ein bisschen Speed hier jetzt mehr ernst oh mein Gott wow, ja, da, keine Chance gegen eine SUV-Straßensperre mit der Geschwindigkeit keine Chance egal, weiter geht's das soll mich nicht stören take down bitch relativ egal, ich habe keine Startenschäden erlitten mich nervt das nicht Musik ist geil im Hintergrund grad so Kurve Most Wanted Trend verfügbar mit diesem Verfolgen haben wir ein ganzes Most Wanted Trend freigeschaltet alter ist das geil muss man schon sagen dass man mit dieser Einverfolgung klären muss Wanted Trend freigeschaltet alter, das haben sie gut gemacht die Cops muss ich ihn lassen so ne, einzigen braucht er mich jetzt nicht soweit sind wir auch noch nicht zum einzigen kommt sie erst so, wir fahren gleich mal in die andere Richtung ja, ich warte dann noch vor euch, ok Straßensperre Vollgas oh tja ich glaube, ich drehe doch noch vor einem Highlighter Frontal take down nein, scheiße so, die crashen mal in die eigene Straßensperre sehe ich auf der Karte so, das Auto reparieren wir hier schnell mal nein, nein, nein ich glaube, ich fahre noch mal zum Reparieren aber von der anderen Seite scheiße oh, what the fuck ok gestellt ich denke, ich lasse mich erstellen nein, danke, Frontal take down Verhandlungstufe gestiegen Alter, wir sind schon verhandlungstufe 4 jetzt gibt es Nagelbänder Frontal take down oh, scheiße Slam take down ja, das waren take down wow wow war das knapp, alte Fluchtphase huh verhandlungstufe 4 ist doch schon relativ viel wir haben jetzt schon so viel Speedpoints in der Verfolgung, wie wir für ein Rennen gestorben Rennen gewinnen würden bam slam take down wow, alter war das hätte mich der mitgenommen hey, geil, grün so, jetzt gab mir mal am Highway an je ha jetzt gibt es Speed-Auscheiße von denen habe ich so Schiss wenn mich einer von denen trifft bin ich sowas von der Arsch naja, ich werde mich schon wieder finden beruhigt euch ich finde mich schon wieder macht euch keine Sorgen ich hänge die nicht obwohl sicherheitshalber oh ja, gleich kommt er hier neben mir raus ja, bin er schon wieder da ja, genau du hast gemeint alter, du hast nicht gecrasht ne slam take down das waren take down sehr gut, alter, also viele take downs in einer Verfolgung das ist glaube ich Rekord what the fuck ich glaube ich überhaupt Rekord für das ganze Let's Play sein oh, geil was ist das für ein Auto geil, ach mit dem kann ich fahren ist das ein Challenger ne, das ist ein Porsche ne, alter, nur ein Elfer oh, nur ein Elfer ein Porsche, ne, Elfer und ich hätte das mit dem Deutsch Challenger verwechselt alter, was geht mit mir so, Verfolgung oh, na, da kommt sowieso wer so, um ja, ich hab's gesagt, wenn mich einer von denen erwischt, bin ich im Arsch und das hat mich einer von ihnen erwischt oh ne, gleich in eine andere Richtung danke fürs Drehen oh scheiße oh scheiße, oh scheiße oh scheiße und weg geht's auf und davon okay, es wird schon langsam eng Fahrnachstufe 4 ich will gar nicht erstmal auf Fahrnachstufe 5 kommen das ganze ist mir dann doch noch mal ein Stückchen zu gefährlich so was jetzt fanden wir mal geradeaus nicht, 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 nicht ah, alter naja wo geiler Sprung auch müssen ich glaub das, ne keine Ahnung, was das war ist mir erst krach auch grad, scheißegal in der Fluchtfaser weißt du was, ich glaub jetzt flüchten wir mal jetzt hab's hat's so, unser Wagen sieht jetzt anders aus ja, fand ich dafür gesunken jetzt geht's ab hier finden sie uns nicht, wenn wir da reinfahren so, ich finde, das war schon für den Anfang schon mal ne echt geile Verfolgung hier finden uns sowieso keiner so hier finden uns sowieso keiner was die Fahndereien alter verpisst euch doch verpisst euch ihr sollt euch verpissen alter klar, welche Polizist führt nicht einfach mal da so ins Industriegebiet rein und mit Speed da durch uuuh, Mauscha nio ab auf den HV kommt, komm, komm die auf dem HV finden sie mich nicht so, wir sind erfahrene Stufe 2 das ist kein Problem mehr für uns so, das war die Herzen der Verfolgung in dem Spiel bisher nein komm, ich bin erfahrliche Fans, leck mich doch alter so flüchten so so jetzt 250 uuuh, geil da geht und da geht mehr alter mit dem Siemens vorbei der wird sich was denken miau 280 uuuhu nein nein scheiße, scheiße, nochmal scheiße in der Fluchtphase, komm, jetzt will ich nicht erwischt werden nein, der holt auf, der holt auf der kommt hinter uns scheiße komm, komm, komm gleich ist es soweit gleich ist es soweit und mit einem Crash sind wir geflüchtet yeah wir haben die Verfolgung überlebt sehr gut was will man mehr so, wie lang dauert die Folge noch also wie lang sollte sie noch dauern naja, es geht schon 5 Minuten sollte die Folge noch dauern so, alter ich drücke gar nichts, will ich nur sagen hallo what the fuck was soll das ich drücke gar nichts ok ja ich drücke wirklich nichts ich fühle mich gerade ein bisschen verarscht alter, was soll das nein, das wollte ich gerade nicht scheiße hallo what the fuck ja äh äh welchen Must Wanted sind wir gerade wir sind beim Lexus 11a und siebten Must wir haben den neunten Must Wanted noch nicht gechallenged den mit dem Mercedes den müssen wir mal erst challengen ja, egal ich versuche den mal so zu finden und das Ding, das gerade herumbackt ich glaube ich weiß wo der ungefähr ist bei dem roten Ding da auf der Karte wir fahren da mal hin wir fahren da mal hin ich glaube aber nicht, dass man das vom Highway aus erreicht so, wir reparieren uns hier mal ja ja so ich hoffe das ist der richtige Must Wanted äh, hoffentlich, ja hm, da ist die Polizei wie komme ich dort hin ich glaube ich muss hier fahren hoffentlich ja, wenn das Navi gerade nicht spinnen würde geht doch immer nicht alter so, jetzt sollte es hier entlang gehen ja, ich glaube da vorne haben wir es dann hoffentlich hüpfen geil, wir sind auf den Schienen wie geil ist denn das ja, davon ist das Rennen yeah und drift naja kein Kommentar so da haben wir jetzt rennen, ich hoffe es ist das Richtige ja, den wollten wir gerade challengen den schaffen wir auch noch in der Folge ja, das machen wir noch das Rennen da geht sich hoffentlich noch aus ja, okay, zwei Minuten geht sich das Rennen nicht aus, aber egal ja ja ja, ähm die kommen ein bisschen Leggy vor, aber das ist Absicht das gehört so das ist Ganze so, wie soll ich sagen oh, die Forscher ist schon geil, alter alter so, scheiße, ich habe mich gerade mit dem Kabel hier verwickelt so, aber den holen wir uns trotzdem so ja, ja, wir haben eine feste Rennstrecke hoffentlich alter die Brücke am See von Hauptbörse daraus kapiert ja, er fährt ihnen na, scheiße ich fahre nicht im Gelände, ich habe mehr Grip ich bin schneller, da ich nicht im Gelände fahre so, hoffentlich schaffen wir das Gericht beim ersten Versuch wäre geil oh, ja sehr gut oh, man, das ist hier vorbei tja, ich glaube, der ist ausgeschaltet hoffentlich alter ist das gemein der Stoß mit einem Zivilisten auf mich nein, ich bin falsch scheiße nein nein, alter, leck mich doch mal fett am Arr ah ah, ja, ah so, den holen wir ein hoffentlich, haltet, hält in die Polizei auf haltet in die Polizei auf nein, hoffentlich hält in die Polizei auf nein, hoffentlich hält in die Polizei auf ich muss sagen, vom Trailer von Need to Speed Rebels bin ich nicht gerade beeindruckt also, der Trailer hätte schon ausgiebe gehabt und besser sein können, aber egal was mich gewundert hat, es war ein Ferrari im Trailer ich glaube, es hat noch kein Need to Speed gegeben, in dem man mit einem Ferrari spielen konnte das hat mich sehr stark gewundert, dass da ein Königseck-Polizei-Wagen einen Ferrari gerammt hat das fand ich echt geil genau, du bist die Erste durch die Straßensperre ja, danke tja, ich wusste, ich muss ihn voraus fahren lassen, wenn eine Straßensperre kommt das kenne ich schon, mit der Straßensperre alter, 1,3 Kilometer, jetzt muss ich ihn noch einholen jetzt muss ich mich beeilen komm, den holen wir noch den erwischen wir noch alter das wird knapp das wird knapp komm 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 fotofinish fotofinish scheiße scheiße ja das war's für diese Folge tschüss und bis zum nächsten Mal alter alter alter